Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von Arborion Trade. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sehr schön für euch. Ach, sehr schön. Es ist ja jetzt mittlerweile schon wieder die dritte Folge in dieser Aufnahmesession. Ich bin auch wieder besser motiviert, sondern wirklich wie bei den letzten Malen. Das merkt ihr wahrscheinlich auch mit dem Sprechen drum und dran, was ich ab und zu mal mache hier. Und ja, da kam gerade ein riesen Schwall rein, now need. Ich glaube, ich habe jetzt schon Gewinn gemacht. 30.000 hat sich jetzt schon gelohnt. Das Truck war gut. Es spielt hier auch überall noch Geld rum, ne? Ich hole auch noch dazu. So, sehe ich hier noch irgendwo ein Schiff mit Triebwerk. In sowas mag ich ja. Triebwerke, Abwracken. Da sind keine dran. Titanschiff. Aber ich sehe nichts, wo jetzt irgendwie ein Triebwerk dran wäre. Oder wo was Besonderes dran ist. Das könnte so sein. Eigentlich nur ein Riecher. Nichts und wer dran, ne? Gleich kaputt. Und weg mit dem Schiff hier. Habe ich keinen richtigen Griecher. Da ist ein Triebwerk, glaube ich, dran. Nee. Ich habe doch nicht den richtigen Riecher mit. Hier sind ja überall Schiffe, ne? Aber hier ist keins, wo ich jetzt wirklich sage, jetzt wäre geil. Ein paar Informationen dran gewesen, aber jetzt nichts weltbewegendes. Dann eine biote ir verte. Ja, das ist der Zaun! Bringst doch sie dir jetzt tun. Ja,итьсяv Chevron. Nichts wie hier Ink killed. Da Ór. Ich bin KNOW Bus. Ich bin Sop. 바� Cold schwarm. Hier bin anders hier. Ich bin ja auch Suppan유�애st. Habe ich nicht schon Silber verkauft? Gold verkauft? Ja, aber kein Silber, ne? Kommt noch. Aber Geld kommt ja rein. Das ist das Wichtigste. Hier hatten wir den Sektor an. Ja, das kann ja doch auch noch lohnt sein. Da nochmal drauf zu schießen. Vor allen Dingen, die haben ja da Materialien mit. Ein paar Piraten, warum nicht? Oh, fortschrittliches Handelssystem. Danke, lieber Pirat. Sehr nett von dir, Pirat. Sehr nett von dir, Pirat. War ich einen anderen Winkel hier? Hier, vielleicht sehe ich jetzt was Interessantes. Bisschen Neonid wieder. Okay. 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 So lohnenswert ist jetzt nichts, ne? Das erfracken werden schlecht sind ich kaputt Gucken, ob das noch ein paar Upgrades am Wort hat, das Schiff hier Und Upgrades, zwei Upgrades So schon mal schön, dann weitermachen hier So schon mal schön So aber Ressourcen sind hier nicht viele drin So schon mal schön, dann weitermachen hier Kein Händler wie Kupfer Das ist aber blöd So schon mal schön, dann geht's Heunen, Bolser und ein Radarabriss. 100.000 Credits sind, die paar Piraten zu bekämpfen. So, da bin ich durch. Oh, da kommt noch ein Upgrade. Ein Lasergeschützturm. Ist sogar nicht schlecht. Ein Titanschiff. Oh, da kommt was Goldenes raus. Da kommen Upgrades raus. Ich glaube, das war keine so schlechte Idee, hier hinzukommen. Ich glaube, das war keine so schlechte Idee. Ja, ein Upgrade-Geschützturm. Okay. Kann man verkaufen. Das kann man verkaufen. Das ist schon mal gut. Das kann man verkaufen. Das kann man verkaufen. Das ist ein bisschen Neu-Ni drin. Und da kommt wieder ein Upgrade raus. Das ist wieder schön. Und noch ein Upgrade. Jetzt glaube ich noch ein Upgrade gedroppt. Gut. Vielleicht droppt ihr noch eins. Das ist wieder schön. Das ist wieder schön. Das ist wieder schön. Die Neu-Ni-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li. Gucken wir mal. Flakgeschütze und Geschützturm für bewaffnete und unbewaffnet. Nochmal Tesla. Auch ein neues Schiff. Gucken wir mal, ob da ein bisschen was drin ist. Ich denke mit dem Fluss bin ich auf jeden Fall schon rausgekommen. Das ist schon mal gut. Was drin in manchen nicht. Probieren wir hier nochmal unser Glück. Einmal mal reinhalten. Gucken was passiert. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. So, brich. Schön auch nichts drin zu sein. Schön auch nichts drin zu sein. So, habe ich was in der Zeit verkauft? Nee. Das ist Triebwerk. Trinium Triebwerke. Juhu, wir finden Triebwerke. Wert von ist Trinium. So ein Schiff wirft noch bessere Upgrades ab. So ein Schiff. So ein Schiff. So ein Schiff. So ein Schiff. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann haben wir ja gut abgefragt, würde ich mal sagen Und wir haben, ich denke, gucken wir uns mal an, was wir abgefragt haben für in 30 Minuten Ja, das kann sich sehen lassen Systeme, was haben wir hier gekriegt? Wir haben noch ein blaues Handelsupgrade gekriegt Das ist natürlich super Dann haben wir noch derbe, noch andere kleine Upgrades gekriegt Waffentechnisch Haben wir auch einiges gekriegt Gehen wir mal nach DPS Okay Können, glaube ich, unsere Waffen ein bisschen umbauen, habe ich so das Gefühl Das sind, glaube ich, alles zwei Slot-Waffen, ja Ein Slot-Waffen ist natürlich dann noch besser Die weg Die Laser dran Ein bisschen mehr DPS machen wir dadurch schon Okay, das ist interessant Ja, liebe Freunde Danke, dass ihr eingeschaltet habt Und schaltet doch in der nächsten Folge ein Wenn es heißt mit Abhorian Trade Ich gucke gerade nochmal rein Wir haben Silber verkauft Ja, endlich Wir haben endlich Silber verkauft Entscheidend war das wirklich schon fast alles, was da drin war Aber die Station läuft, das ist das Wunderbare dran Und Jetzt kriegen wir auch schneller Geld rein Das ist teilweise noch viel, viel, viel besser Lohnswertes haben wir hier auf jeden Fall gefunden Wir fliegen jetzt mal in den nächsten Sektor rein und gucken Aber da sehen wir uns das nächste Mal dann Bis dann, ciao Euer Posi Bis dann, ciao Bis dann, ciao Bis dann, ciao Bis dann, ciao